Hey Leute, herzlich willkommen zurück in einer ProSacters Karriere mit Eric Zell, der Grand Prix du Luxemburg läuft, wir sind im gelben Trikot. Jetzt die nächste Hügel Etappe, da könnten wir uns sogar vielleicht auch noch mal ganz gut platzieren. Die danach wird ein bisschen schwieriger, weil hier jetzt bei der, die jetzt kommt, da ist am Ende nicht ganz so steil. Die nächste geht dann schon am Ende steil hoch, da müssen wir mal kicken, wie wir da vorankommen. So, gucken wir mal hier, der gute alte Woot ist hier wieder Top-Favorit. Und wir werden im Interview erwähnt, dann lesen wir das auch mal wieder vor, ne? Wie läuft das Rennen bisher für Sie? Es läuft nicht so wie gewohnt, äh geplant. Ich hatte großes Pech und weiß nicht, wie ich den Spieß noch umdrehen soll. Ich werde mich zumindest um einen Etappensieg bemühen. Glauben Sie, dass Zabel zum jetzigen Zeitpunkt vom Thron gestoßen werden kann? Solange das Rennen läuft, können wir ihn angreifen und versuchen, an die Spitze zu gelangen. Es wird zwar Tag für Tag schwerer, aber wir müssen weiter kämpfen und ich kämpfe gegen euch. Bis gleich. Hallo zu einem und all. Es ist eine undulatende Route, also wird es eine taktische Rennung sein. Die Rennung wird in wunderschönen, wunderschönen Konditionen. Berger ist im Moment noch recht gut platziert, aber der ist am Übel halt auch schlecht. Ach, Bonafare ist schon besser. Karl ist es auch besser und der ist noch besser. Hm, 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 hm. Ist der besser wie Bonafare? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Dann nehme ich mir Bonafare. Äh, du bewachst mal Latour. Und du bewachst mal den Bellicot. Ist Karl ist hier vorne? Äh, ja. Von den etwas schlechteren habe ich aber leider keinen vorne, ne? Äh, nö. Ey, wir gucken mal, ob die anderen Teams, äh, Führungsarbeit machen. Ey, guck, kann man gleich hier bleiben? Ah, da gehen noch einige. Da ist schon Latour. Ah, das macht hier auch schon voll den Dampf. Äh, nein. Äh, na, tu. Boah, die hängen da alle schon ganz vorne rum. Äh, da haben sie uns abgehängt. Nein, mögen die aber irgendeinen da vorne gar nicht? Na, die haben sie aber mal richtig gejagt. So, Tabe ist jetzt auch wieder ganz gut. Ja, K, das muss dann auch irgendwie ein bisschen weg. So, da sitzen sie, glaube ich, alle ganz nice. Das Tempo ist immer noch sehr, sehr hoch. Wir nehmen mal eine Action, wenn wir sie kriegen. Aber ja, die Superkamera ist noch da. Na, die werden wieder eingefangen. Na, wahrscheinlich halt auch wegen den Sprints hier vorne. Na, jetzt sieht's so aus, als wenn das Tempo ein bisschen langsamer geworden ist. Aber da gehen die Nächsten ab. Oder auch nicht. Ah, aber da zieht das Feld wieder an, oder? Naja, Puls ist schon sehr hoch. Boah, nächster Angriff. Mal gucken, ob die wegkommen. Oh, die lassen sie gehen, anscheinend. Haben sie zwar mal ganz kurz ein bisschen angezogen, aber dann haben sie gleich wieder aufgehört damit. Ein paar Teams haben sich selbst auf als Pascemakers für die Packung. Sie haben natürlich nicht jemanden in der Breakaway-Gruppe. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir dann unsere fünf da vorne zusammen haben. So, gleich kommt der erste gewertete Hügel. Mullen geht um die Atacke. Na, ist echt schon erhöht, das Tempo. Okay, der Puls geht schon ein bisschen hoch. Na, der ist jetzt erstmal entspannt weiter. Puls ist jetzt auch wieder normal. Alles im weißen Bereich im Moment. Na, den einen Vornamen setzt anscheinend abgehängt. Oh, jetzt nochmal runter, der nochmal hochhebe. Und holen wir erstmal Wasser. So, der ist auch schon ein bisschen steiler. Gucken wir mal, wie Zabel den übersteht. Mein Malen ist auf. Malen greift wieder an. Bergwertung. Der kommt eingeschossen. Äh, Tempo ist auf jeden Fall erhöht. Der Pack ist auf jeden Fall erhöht. Einige Teams können nicht glücklich mit dem Breakaway sein. So, der hat einer von Wutleuten erstmal Wasser nach vorne gebracht. Und wir schicken den Berger jetzt auch los. So, und auch der Abfahrt bringt nochmal Zabel bis weiter nach vorne. Oh, Wasser hat auf jeden Fall schön aufgenommen. Liefert schon die ersten ab. Oh, da sind alle versorgt. Na, 90 Kilometer. Etwas über vier Minuten noch. Oh, jetzt greifen aus dem Feld raus nochmal welche an. Aber die haben wir gleich wieder eingefangen. Vielleicht dachten sie ja, da kommt eine Bergwertung, aber kam keine. Ah, bis zu den Hügel hinten, denk ich mal, können wir noch zappen. Na, am besten dann noch irgendwie vor den Hügeln Wasser nochmal holen, oder? Ich bin ja gut. Ah, Berger hat eigentlich noch genug Power. Lass mal Berger doch nochmal Wasser holen hier. So, und jetzt nähern wir uns dem ersten von den letzten vier Hühlen. Da haben wir sie gerade noch erwischt, die Gruppe. So, aber jetzt muss ich aufpassen, ich glaube die anderen Werkwerke können wir uns nicht mehr angucken. So, ich glaube, das ist so gut. So, ich glaube das ist so gut. So, ich glaube, wie immer das ist, aber so gut. So, der, der jetzt kommt, ist schon nicht ohne, aber die beiden, die danach kommen, die sind noch übler. Das ist ja zweimal der gleiche, der gleich kommt. Das ist ja zweimal, das ist ja zweimal. Das ist ja zweimal. Der Pack ist in der Arbeitstrate. Einige Team können nicht glücklich mit dem Freude. Ich gebe die mal in die Gruppe hier. Ja, Natur kann ich glaube ich zu nichts einsetzen. Schon fast völlig fertig. Hat die eben sogar schon so rot verloren. Weißt du mal auf hier mit dem Beschützten? Dankeschön. Ihr geht mal mit rein, falls ihr Wut ja vorne was macht. Falls ihr hier auch irgendwie da vorne noch reinkommt. So, jetzt geht es zweimal richtig krass nach oben. Wir müssen nicht auf der Wut, wir müssen bei Wut bleiben. Wir müssen bei Wut bleiben. Tja, Föner war schon so noch meine. Da haben wir auch welche abgehängt. Schöne geile Achterbahnfahrt. Die Natur sitzt hier in ganzem Grund. Ey, Natur sitzt hier im ganzen Himmel. Danke für deine Hilfe. Guck mal, ob wir die Natur irgendwie noch rankriegen. So, jetzt noch mal steil nach oben. So, jetzt greift es da an. So, jetzt greift es da an. Ist das gut? Ne. Ganz kurzen Stoff. Äh, die beiden können nicht mehr so lange. Äh, zack, hinter der Tür. Ja, die einen schönen Dank. Äh, so. Und weiter. Drei Schühe vorne weg. Aber die haben wir wieder. Die Achterbahn-Runde. Und nochmal kurz Stopp. Alter, was? Warum hängt der denn so weit hinten? Das kann es heute nicht sein. Und? Aber Stopp. Du kriegst den. Du kriegst den. Du hörst auf. Du machst mal Volldampf. Äh, warte mal. Erstmal weiter. So, und jetzt noch mal ein letztes Mal Stopp. Jetzt gehst du raus. Oh, Mist. Irgendjemand ist hier an Zabel dran. Mann, das ist ganz ungünstig. Stopp. Wow, that's one attack that's going to leave a good feel when it's wake. Du gehst da rüber. Und nochmal Stopp. Der ist wieder noch ein bisschen schneller unterwegs. Das können wir leider nicht mehr kriegen, oder doch? Äh, der zieht durch die Schnee-Degreunde, zieht durch die Schnee-Degreunde, wie er die geholt hat. Und er hat die Schnee-Degreunde gut behandelt. Die Reise gehen. Aber die pooren Säule bringen die Räume um die Linie. Es ist ein bisschen ein Kuss für die Morale. gebrochen sind und da schießt er die Regie vorbei. Da habe ich sie links halt auch ein bisschen verpasst als sie losgegangen sind. Aber hier kann keiner mit Erik mitteilen. Keiner. Tja da er einen Sieg von uns nicht wollte müsste es ja eigentlich wieder ordentlich Punkte geben. Oh hier ist sogar eine Lücke. Crazy shit ey wir haben hier sogar eine Lücke gerissen von 12 Sekunden. Äh das bedeutet wir sind vor dem Arzt neun Sekunden. Der nächste ist schon ordentlich hinter der Wut. Wie sieht es bei den Punkten aus? Naja da sind wir nur 12 vor. So was haut der Manager raus? Hey schon wieder 30 sind wir auf 95. Äh so noch 205 bis zur nächsten Stufe und da können wir uns ja wieder verbessern. Äh so und jetzt kommt die schwerste Etappe. Ähm und danach kommt dann nochmal in der nächsten Folge dann eine flache Etappe. Ja da gehen wir mal rein. Mal abgesehen so vom Zeitfahren ist das die Königs Etappe. Hier das da hinten gehört nicht mehr dazu. Das ist doch nochmal ein flacher Klassiker. Ja und das mäht ich halt ne. Also jetzt bei der Etappe geht es hier hinten dann doch schon ordentlich nach oben. Da müssen wir mal gucken dass wir irgendwie dran bleiben können. Aber wir sind hier sogar bei den Favoriten gewertet. Also nicht schlecht ey. Büss gleich. Ladies and gentlemen hello and welcome. The route is barely hilly so there should be plenty of action. Und damit herzlich willkommen zur vorletten Etappe. Der ist Grand Prix du Luxemburg. Die schwerste Etappe steht uns jetzt bevor. Wir haben wieder plus 2 eingefahren. Äh ein paar von unserem Team sehen nicht so gut aus. Oh la Tour nur minus 3. Äh das ist natürlich schlecht. Äh ich glaube ich nehme hier gleich den Seigel der hier neben mir steht. Ja und dann Berger noch. Oder Bonafuck geht es auch schlecht. Aber ich glaube ich nehme dann doch Bonafuck für Latour, den Berger, für Bellicot, den Cycle für mich. Und dann kann es auch schon losgehen. So wen haben wir denn da? Da ist Kades ne? So wer ist da? Ne Kades. Ich führe es hier gar nicht. Der hat zu 200 Kilometer. Da brauche ich dich wahrscheinlich. Boah der war aber ein kleiner Süßer hier. Hehehehe. Ja es führt halt immer noch keiner. Der greift die nächsten an. Boah die sich mal irgendwie bisschen schneller nach vorne bewegen würden. Ah la Tour ist gleich vorne. Oh oh oh. Die Gap ist weit weg. Es ist jetzt mehr als 2 Minuten. Der Peloton ist glücklich. Der Peloton ist glücklich zu lassen. Schau. Der Pack hat seinen Fuß aus dem Gas genommen genommen. Die Teamleiter sind nicht zu Angst. Der Berger nehmen jetzt und führen. Also muss Bellicot erstmal nach vorne. Da wird nämlich überhaupt gar nichts gemacht. So. Jetzt haben wir Berger-Marine. Oh. Oh. Fahrrad Poppel gestürzt. Der sitzt nicht schlecht. Der sitzt da auch ganz gut. Nur la Tour sitzt ein bisschen kacke ne. Ja. Jetzt sind die vorne weg. Ja. So dreieinhalb Minuten. Zwölf Leute. Ja. Da ist einer unter einer Minute. Also eine Minute. Ja. Dann müssen wir die auf jeden Fall jagen. Boah. Ich denke mal. Das können wir erstmal sacken. Ja. Es ist auch wieso. Weshalb. Warum. So. Ähm. Im Ladebildschirm konnte man das sehen. Berg und Ebene. Also Ebene ist am höchsten gewertet. Bei den Eigenschaften die man für diese setup haben muss. Man kommt vom Berg anstatt dem Übel. Äh. Wäre ich wohl nicht mehr erwischen ne. Ah. Da kommen sie gerade durch. Da sind die beiden die gestürzt sind. Aber da kommen die auch schon. So. Warte mal. Das ist jetzt. Warte mal. Ah. Das erste Team. Das ist dann die beiden. Äh. Wo wird die beiden. Da. 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 Ah, wird da aber immer noch mehr. Dies reicht also nicht. Wir sind 75, da fahren sie sich aber relativ schnell kaputt. Komm, da gehen wir den gleich noch mit rein. Äh, mich bewacht jetzt Karte so lange. Und dann kommt sie auch noch mit in Gruppe 3. Ja, müssen wir auch. Doch, wir lernen uns den 140, 7 halben Minuten ist schon ganz schön viel. Es wird trotz 75 nicht großartig weniger. Ryan Mullen ist auf. Es ist ein masser Rass in der Packung, aber es sieht nicht zu sehr ernst. Eigentlich muss ich lieber hier bleiben in dem Regen. Ist das hier irgendein Sturzkorb? Ich könnte ausweichen und will gerade irgendwie vorne am Gucken. So, jetzt sind wir unter 7 Minuten. 130 Kilometer. Da kann ich natürlich bei 130 Kilometer zu fahren, noch nicht zu schnell fahren. Aber hier ist es wieder auf über 7 Minuten. Ah ja. Äh, ist schon haarig. Komm, 77. Na, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, warum gehen die Balken so schnell runter? Das sind nicht meine. Da vorne föhnen wieder welche. Wahrscheinlich mit Volldampf. Und Caliburin, oder? Zeit geht doch extremst nach unten. Äh, da kann ich die alle rausnehmen. Da könnte ich die nicht mithalten. Machen sie sich nur kaputt. Hier ist auch einer von Wutschuern völlig im Arsch. Die Packung erhöht seine Arbeitsrate. Einige Teams können nicht glücklich mit dem Freude. Aber ein Creasing ist gut, ey. Wir fahren Volldampf. Äh, dann lassen wir Carlos jetzt erstmal wieder für sich fahren. Nimm erstmal die ganzen alten Beschützer wieder. Äh, ne, warte mal. Du weißt, bin ich guck. Achso, äh, ja. Ahem. Hab ich auch gar nicht dran gedacht. Wasser, Marsch. Da war schon unter 100 in unserer Gruppe. Also ein Peloton. Ja, über 100 Kilometer. Viereinhalb Minuten. Da hält er sich hier im Moment auch. Der Puls bei uns im Feld, obwohl es bergauf geht, ist auch nicht so hoch. Wahrscheinlich ziehen sie jetzt wieder an, wo die Steigung weg ist. Ah, ja. So, Wasser haben wir alle. So, unter vier Minuten der Abstand. Ja, von den meisten Helfern fühlt sich auch zum Glück der Gelben wieder. Da, die sprinten. Oh, öh, wut. Da kommen sie. Da hinten sind wir. Oh, der ist, äh, kleiner und ziemlich steil. Oh, hier. Zabel blickt rot. Ah, nee. Es macht sich weiter so nicht. Ja, hier reist es auch schon fast, da wo wir sind. Hinter uns ist schon gerissen. So, da geht es gleich wieder bergab. Ja, am besten jetzt am Ende dieses etwas flacheren Abschnitt noch mal Wasser holen. Weil am Ende kommen relativ krasse Hügel. Und das Tempo wird dann irgendwie viel zu hoch sein. Mehr nur in drei Minuten. So, da meine Hälter. Alle relativ voll sind. Schmerzt die nochmal los? Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Das mit Latour ist echt schade, dass er Minus 3 hat. Ja, nehm ich Kades und diesen Seige oder lieber den Berger? Ja, der Berger scheint echt ganz gut drauf zu sein. Kommt mit dem, den Berger? Ein paar Teams haben sich als pacemakers für den Pack. Sie haben natürlich nicht jemanden in der Breakaway-Gruppe. Arbeit müssen wir, glaube ich, nicht machen. Ich muss mich jetzt mal noch ein bisschen nach vorne. Was ist eigentlich gut? Das ist gut. Das ist gut. Oh je, jetzt fahren sie aber richtig Druck. Trotz 99 hier alles am blinken. Da bricht einer zusammen, als der direkt auf mich drauf zieht, ne? Na, ich glaube, die ersten Beschützer werden gleich abreißen lassen bei mir. Wunderfahr sieht schon gar nicht so gut aus. Boah, Alter, jetzt wird hier durchgereicht. Oh, oh, ein Leader hat fallen. Wir können nur hoffen, dass er keinen Impact auf dem Ausgang der Runde hat. Schau, ein Teamleader ist hinter mir. War da in Wut dabei? Weiß ich, welche aus seinem Team haben zurückfallen lassen. Sind wir hier auch schon unter 9,40? So, ich brauche mal gut zu Paule. Äh, Wunderfahrt zum Beispiel, der hat es hinter mich. Äh, wie sieht es mit denen noch aus? Äh, die können schon nicht mehr gut mithalten. Äh, und außerdem... So... Äh, müssen wir eigentlich die beiden nehmen? Mal mit rein. Na, eine halbe Minuten. Ja, der ist Wunderfahrt auch schon rausgeflutscht. Nee, nee, hier. Wund ist noch der? Dem ist nix passiert. Ich battle mich ja auch gerne mit Wund. Ja, unter einer Minute. Die beiden, die hier führen, die sind auch zusammengebrochen. Jetzt haben sie wieder ihre Minute. Ah, jetzt geht's auch gleich nochmal ordentlich nach oben. Und angriffieren. Dann ist die Hände. Dann ist die Hände. Ah, die Hände. Der ist mal wieder mit am Stop. Der ist einfach so. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Aber hier. Äh, 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 so. So, noch mal Stop. Äh, äh, der ist Fitsch. der Frontgruppe ist disorganisiert und einige Riders exploiten diese Möglichkeit, zu attacken. Oh, block dich hier nicht. Gibt's doch gar nicht. So, äh, 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 mal wieder nach vorne kommen. Auch wenn der mir wahrscheinlich nicht mehr großartig helfen kann. Tja, danke, Bellico. Jetzt sind wir mehr oder weniger auf uns alleine gestellt. Ach ja, das ist ja hügelig, aber da bin ich ja ein Pionier dran hängen. nur 15 Kilometer left. Wow, das ist ein Attack, das wird ein gutes Feuer in seinem Weg geben. Boah, er fällt ja mal weiter zurück, der Zahl. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Kurz Stopp. Äh, den mal kurz rein. Jetzt kann er mich vielleicht ein bisschen mit nach vorne ziehen. 10 Kilometer remaining. Der ist auf jeden Fall Caleb Union hier vor uns. Jaja, die kriegen wir. kann sich jetzt noch mal ein bisschen entspannen. so, kurz Stopp. Da ist irgendwas mit Wüten. Ach, ich darf wieder nicht mit. Das ist aber nervig, oder will Wüten gar nicht hin. Der auch nicht. Auf jeden Fall, ah, es greift anscheinend nur der an. 5 Kilometer remaining. Ja, ja, kurz Stopp. Du mal raus. nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Ich versuch's einfach mal so. verfahren die sich hier alle kaputt. Sie sehen das? Du kannst ja nur dranbleiben. Päne an den Fäßen an den Backen des Pelotons. Es gibt ein größeres Räder, die hinterher sind. Ist das gut? Ja. Sprintet er doch mal durch, der Erik. Und es ist unfassbar. Den holt sich Erik um, Alter. Das ist nicht geil, Leute. Alter, den hat Erik sich auch noch gewohnt, Alter. Das ist total geil. Ja, kurze Pause. Ja, ey. Ihr wollt alle für euch alleine? Ey, ist ja geil. Auch die Hügeletappe hat Erik gerissen, Alter. Was ist bloß mit dem Erik los? Mega. Einfach mega. Gib mir die erst mal beide Hügeletappen. Und dieser Berger, Alter, der ist echt gut, ey. Ja, unfassbar. Ich wollt nur dranbleiben. Und da haben die sich alle so verausgabt, ey. Ich hatte ja auch, glaube ich, nur noch so einen halben roten, als ich losgesprintet bin. Der ist trotzdem noch reicht. Echt? Geil, oh Mann. Vor allem in zwei Etappen im gelben Trikot gewonnen. Das ist auch natürlich auch immer sehr, sehr nice. Hier irgendwie ein durchzieht, ey. Ha, ha. Zack, zack, Alter. Dann kurvt die einfach alle, ey. Und zackt sich mal schnell den Sieger, Alter. Äh, ja. Ergebnisse. Siegerehrung gönnen wir uns dann bei der letzten Etappe. Denn jetzt kommt nur noch ne flache Etappe. Also wir haben wahrscheinlich dieses Etappenrenn auch schon wieder gewonnen, wenn wir nicht irgendwie stürzen oder so. Ja, also easy peasy. Also wir müssen nicht gewinnen. Wir brauchen keine Zeitbonifikation. Wir müssen nur mit denen führen, denen ins Ziel kommen, weil wir 32 Sekunden verwugt sind. Äh, ja. Das Trikot dürften wir normalerweise auch sicher haben. 30 Punkte vor dem A. Also auch alles totti, ey. Super, ey. Nehmen wir wieder drei Trikots hier mit, so wie es aussieht. Hi, hi, hi. Mann, ist das geil. Boah, da knallt er natürlich auch wieder ordentlich raus. Nochmal 30 hinterher geschoben. Tja, Leute. Ich würde mal sagen, ihr haut hier mal ein bisschen Daumen nach oben raus, ne. Denn das war ja wohl mal eine richtig geile Folge. Zwei Hügeletappen durch Erik gewonnen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis, tede und tschui.